Hallöchen liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider 1 oder was auch immer. Ich bin gerade echt angepisst, weil wie ihr vielleicht schon seht, ist hier in der Mitte dieses überdimensional große Clidos-Zeichen. Und das Spiel hat mir ja bis jetzt schon ziemlich wenig Spaß gemacht, wenn ich ehrlich bin. Und ich konnte mich noch nicht wirklich für begeistern. Und jetzt auch noch dieses Clidos-Ding, was die Aufnahme natürlich komplett behindert. Ich weiß, dass ich das, wenn ich Geld bezahlen würde, wegbekommen würde. Aber es ist mir ganz ehrlich zu blöd und deswegen hier leider die Nachricht, dass dieses Let's Play abgebrochen wird. Vorerst zumindest. Das heißt, ich werde dieses Spiel nicht weiterspielen, solange ich keinen anderen Weg gefunden habe, wie ich das machen kann. Ob es ein Ersatzprojekt dafür geben wird, weiß ich noch nicht genau. Hier an dieser Stelle nur erstmal die Information, dass das Let's Play Tomb Raider 1 abgebrochen ist. Die Folgen, die bis jetzt entstanden sind, werden natürlich nicht gelöscht. Und ja, es ist einfach vorbei jetzt. Ich habe mit diesem Spiel einfach die Schnauze voll im Moment und einfach keinen Bock mehr. Und wenn es mir keinen Spaß macht, dann ist es eigentlich sinnlos dazu, ein Let's Play zu machen. Und deswegen, sorry Leute, aber das Let's Play ist, das Let's Play Tomb Raider 1 ist nicht komplett beendet. Das heißt, es wird irgendwann, wenn ich eine Möglichkeit gefunden habe, bestimmt noch irgendwie kommen auf dem Kanal. Aber momentan werde ich es nicht weitermachen. Und ja, deswegen tut es mir leid. Dirt Space bleibt natürlich erstmal drei Folgen pro Woche. Wie gesagt, ob es ein Ersatzprojekt gibt, weiß ich noch nicht so genau. Und ja, das Spiel ist, das Let's Play Tomb Raider 1 ist hiermit beendet. Und wir sehen uns in einem anderen Video wieder. Bis dahin. Ciao.